In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Ungleichung lösen kann. Wir fangen mit grundlegenden Aufgaben an und steigen uns dann bis auf Prüfungsniveau. Theoretische Grundlagen sind bei diesem Thema eigentlich kaum notwendig. Alles was wichtig ist, werden wir uns anhand von zwei einfachen Beispielaufgaben zusammenreimen. Deshalb legen wir auch gleich los mit einer Beispielaufgabe und das könnt ihr so von Schwierigkeitsgrad natürlich als einfach einstufen. Und hier ist unsere Ungleichung. 2x-1 soll größer gleich 1 sein. Für den Anfang ist es natürlich wichtig zu verstehen, was man durch das Lösen einer Ungleichung überhaupt erzielt. Und deshalb schauen wir uns für diese Ungleichung in erster Reihe die grafische Lösung an. Danach kommt selbstverständlich auch die rechnerische. Also, grafisch können wir uns das Ganze in einem Koordinatensystem vorstellen, wie hier abgebildet. Und wir betrachten die linke und die rechte Seite dieser Ungleichung als Funktionen, die wir dann in diesem Koordinatensystem zeichnen. Ich hoffe, auf der linken Seite gut erkennbar. 2x-1 ist eine Geradengleichung und sieht dann entsprechend so aus. Und auf der rechten Seite haben wir nur die 1, aber auch das hier ist eine Geradengleichung bzw. eine waagerechte Gerade, die dann so aussieht. Anhand unserer Ungleichung suchen wir dann den Bereich aus, wo die blaue über der orangenen Kurve liegt. Und dieser Bereich fängt hier bei 1 an, also hier schneiden sich die beiden Kurven und ab hier übernimmt die blaue Kurve die Oberhand. Also, wir haben einen Bereich, das sie dann von 1 bis unendlich aufstreckt. Und die Lösungsmenge können wir dann natürlich so angeben. Also, ein Intervall bei 1 geschlossen, das bedeutet die 1, gehört dazu, wegen dieser Größe Gleichzeichen da oben. Und bei unendlich ist natürlich das Intervall wie immer offen. Die rechnerische Lösung ist in diesem Fall noch einfacher. Also, wir schnappen uns einfach unsere Ungleichung von oben. Das heißt, 2x-1 ist größer gleich 1 und Formen nach x um. Das heißt, erst mal plus 1, dann haben wir 2x ist größer gleich 2 und am Ende noch geteilt durch 2, somit ist x größer gleich 1. Und x größer gleich 1 führt natürlich zu der gleichen Lösungsmenge wie auf der linken Seite. Es gibt allerdings noch ein paar Kleinigkeiten, die man bei dem Lösen einer Ungleichung beachten muss. Und deshalb schauen wir uns noch eine zweite einfache Aufgabe an. Das ist hier unsere neue Ungleichung. –2x-1 soll größer als –1 sein. Und wir fangen natürlich wieder mit der grafischen Lösung an. Das heißt, wir tragen wieder die linke und die rechte Seite in unser Koordinatsystem ein. Also, die Gerade auf der linken Seite sieht dann so aus. Und die –1 ist wieder eine waagerechte Gerade, die dann entsprechend wie die orangene Linie aussieht. Anhand der Ungleichung suchen wir jetzt den Bereich, wo die blaue Kurve oder die blaue Gerade wieder über der orangen liegt. Und das ist hier auf der linken Seite der Fall. Das heißt, wir haben diesen Bereich eigentlich, das bei –nendlich anfängt und diesmal bis 1 geht. Also, wir orientieren uns wieder an diesem Schnittpunkt. Und die Lösungsmenge würde in diesem Fall so aussehen. Also, ein offener Intervall von –nendlich bis 1. Achtet bitte darauf, bei der 1 steht jetzt eine runde Klammer, weil die 1 nicht zu der Lösungsmenge gehört. Weil hier, im Vergleich zu der ersten Aufgabe, nur größer –1 steht und nicht größer gleich. Ein bisschen interessanter sieht dann in diesem Fall die rechnerische Lösung aus. Für den Anfang wieder nichts Neues. Also, wir schreiben nur diesen Term von oben eigentlich ab. Und grundsätzlich formen wir selbstverständlich wieder nach x um. Als erstes bringen wir die 1 rüber mit –1. Und dann haben wir entsprechend –2x ist größer als –2. Und im nächsten Schritt müssen wir natürlich die –2 noch wegbekommen. Deshalb teilen wir durch –2. Und damit haben wir auf der linken Seite nur noch x stehen. Aber jetzt muss man aufpassen. Sobald man eine Ungleichung mit einer negativen Zahl, so wie die –2, multipliziert oder teilt, dreht sich das Ungleichzeichen um. Und das ist die Falle, auf die man bei dieser Art von Ungleichung achten muss. Also, wir haben hier als Ergebnis x kleiner 1. Und das entspricht genau der Lösungsmenge auf der linken Seite hier. Bei unserer dritten Beispielaufgabe werden wir natürlich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen anheben, Richtung Mittelschwer. Wir haben hier als Ungleichung 3 durch x ist größer gleich 1. Und für diese Ungleichung werden wir uns zuerst den rechnerischen Lösungsweg anschauen. Streng genommen ist das eigentlich sogar eine Bruchungleichung. Und genauso wie bei den Bruchgleichungen muss man auch in diesem Fall, wenn nichts bereits vorgegeben ist, die Definitionsmenge berücksichtigen. Also, jeder von euch kann sich erinnern, man darf hier in Mathe nicht durch 0 teilen. Und genau das ist auch hier unser Problem. Wenn wir für x 0 einsetzen, dann würde diese Ungleichung gar nicht existieren. Das bedeutet, diesen Wert hier müssen wir ausschließen. Also, x gleich 0 müssen wir ausschließen. Aus diesem Grund lautet unsere Definitionsmenge d ist gleich r, also die Menge aller reeren Zahlen, außer die 0. Und jetzt kümmern wir uns endlich um das Lösen dieser Ungleichung. Und die meisten von euch würden wahrscheinlich an dieser Stelle mit x durchmultiplizieren, also dieser Ungleichung, sodass dieser Bruch auf der linken Seite verschwindet. Ist auch kein verkehrter Gedanke. Allerdings gibt es hier noch ein kleines Problem. Für x können wir entweder positive Werte einsetzen oder negative Werte. Und weil wir hier eine Ungleichung haben, beeinflussen diese Werte das Lösen dieser Gleichung. Deshalb müssen wir eine sogenannte Fallunterscheidung machen. Fall 1 wäre, zum Beispiel anzunehmen, dass x positiv ist. Das ist die sogenannte Randbedienung. Und unter dieser Voraussetzung können wir dann auch die Ungleichung lösen. Das heißt, so wie vorher besprochen, wir gehen davon aus, dass x eine positive Zahl ist. Deshalb multiplizieren wir mit x. Und auf der linken Seite bleibt ja nur noch 3 übrig. Und auf der rechten Seite haben wir dann 1 mal x sind natürlich x. Also größer gleich x. Oder andersrum gesagt, x ist kleiner gleich 3. Und diesmal passiert gar nichts mit diesen Ungleichzeichen, weil x ein positiver Wert hatte. Um jetzt in diesem ersten Fall die Lösungsmenge herauszufinden, muss man die Randbedienung und die Lösung miteinander sozusagen vergleichen. Also vereinfacht kann man sich das Ganze so an einer x-Achse vorstellen, wobei ich jetzt die zwei Werte hier schon maßstabgerecht einigermaßen eingetragen habe, also die 0 und die 3. Und die Randbedienung sagt uns, dass x größer 0 sein muss. Das können wir uns vereinfacht auch so vorstellen. Also wir haben ein offener Intervall bei 0, deshalb die gestrichelte Linie. Also die 0 gehört nicht dazu. Und dieser Intervall geht natürlich Richtung plusunendlich. Bei unserer Ungleichung haben wir herausgefunden, dass x kleiner gleich 3 sein muss. Das bedeutet, wir haben ein geschlossener Intervall bei 3, das sich dann gegen minusunendlich ausbreitet. Und was uns dann tatsächlich interessiert, ist dieser Bereich, wo sich die zwei Intervalle überschneiden. Ich deute es mal jetzt hier an. Ich glaube, das ist ganz gut erkennbar an dieser Stelle. Das heißt, unsere Lösungsmenge für diesen ersten Fall lautet 0 bis 3. Wobei die 0 nicht zur Lösungsmenge dazugehört, die 3 aber schon. Im Fall 2 gehen wir jetzt davon aus, dass x ein negativer Wert annimmt. Also die Randbedienung werde dann entsprechen, dass x kleiner als 0 ist. Und das wird natürlich auch das Lösen unserer Ungleichung beeinflussen. Die Vorgehensweise ist am Anfang die gleiche. Natürlich multiplizieren wir auch diese Gleichung mit x, damit es rüber wandert. Allerdings, wenn wir jetzt die Ungleichung in eine negative Zahl multiplizieren, muss sich natürlich das Ungleichzeichen drehen. Deshalb haben wir in diesem Fall auf der rechten Seite x ist größer gleich 3. Und auch hier werden wir dann Randbedienung und Lösungsmenge der Ungleichung vergleichen miteinander. Also gleiche Situation mit der x-Achse. Zuerst die Randbedienung x soll kleiner 0 sein. Sieht dann entsprechend so aus. Also von minus unendlich bis 0 der Intervall oder der Bereich. Und dann bei der Ungleichung haben wir herausbekommen, dass x größer gleich 3 sein muss. Das ist dann ein nach rechts offener Intervall. Und ich denke mir, ihr könnt problemlos erkennen, dass sich diese Intervalle gar nicht überschneiden. Das bedeutet, in diesem Fall haben wir gar keine Lösung. Und unsere Endlösung ist dann die Lösungsmenge auf der linken Seite. Und zur Überprüfung schauen wir uns jetzt noch die grafische Lösung an. Also wir haben hier ein Koordinanzsystem. Zuerst trage ich die linke Seite ein, diese 3 durch x. Das sieht als Funktion ungefähr so aus. Und die rechte Seite, die 1, ist natürlich wieder eine waagerechte Gerade bei 1. Übrigens die Definitionslücke bei x gleich 0, die wir vorher erwähnt haben, wäre dann diese grüne Linie hier, die ihr, glaube ich, ganz gut erkennen könnt. Und jetzt suchen wir den Bereich, wo dieser 3 durch x größer gleich 1 ist. Natürlich erkennt ihr wieder einen Schnittpunkt hier bei 3. Und zur Erinnerung, das war ja einer unserer Grenzen. Und der ganze Bereich hier links vor der 3 bis hin zu der y-Achse, die nicht erreicht wird, ist eigentlich unsere gesuchte Lösungsmenge. Und genau diesen Bereich haben wir auch vorher rechnerisch bestimmt. Zur Erinnerung, das war die Lösung. Und hier ist unsere letzte Beispielaufgabe. Auch hier werden wir zuerst die Lösung rechnerisch bestimmen. Und von Schwierigkeitsgrad ist sie ein bisschen schwerer als die letzte. Als erstes werden wir auch hier die Definitionsmenge bestimmen. Also wir betrachten diesen Bruch auf der linken Seite. Im Nenner steht x plus 1. Ich hoffe, dass jeder nachvollziehen kann, dass das verbotene Wert minus 1 ist. Das bedeutet, wenn hier minus 1 plus 1 stehen, dann wäre 0 unter dem Bruchstich, was wir nicht haben wollen. Von daher sagen wir, d, die Definitionsmenge, ist r, also alle Zahlen außer die minus 1. Und wahrscheinlich der erste Rechenschritt, den jeder von euch hier machen würde, ist erstmal die minus 2 auf der rechten Seite zu bringen. Das mache ich jetzt auch. Also ich gebe hier einfach plus 2. Entsprechend haben wir dann 3 durch x plus 1, wäre dann kleiner gleich 6. Aber spätestens jetzt stehen wir von den gleichen Problemen wie bei der Aufgabe 3. Wir müssen diese x plus 1 auf der anderen Seite bringen und wir wissen nicht, ob dieser Term positiv oder negativ ist. Deshalb müssen wir erneut eine Fallunterscheidung machen. Also, bei dem Fall 1 gehen wir davon aus, dass dieser Nenner x plus 1 positiv ist. Wir bringen dann die 1 einfach rüber und damit hätten wir eigentlich schon unsere Randbedienung. Die lautet dann, x ist größer als minus 1. Die Ungleichung auf der rechten Seite zu lösen, ist jetzt eigentlich auch kein Problem. Wir multiplizieren einfach mit diesem Nenner mit x plus 1 und dann haben wir 3 ist kleiner gleich, also das Ungleichzeichen ändert sich nicht, weil wir davon ausgegangen sind, dass dieser Nenner positiv ist. 6 mal x plus 1. Dann lösen wir entsprechend auf der linken Seite die Klammer auf. Das bedeutet 6x plus 6 und formen nach x um. Also, die 6 geht rüber mit minus 6, dann haben wir minus 3 ist kleiner gleich 6x. Und am Ende noch geteilt durch 6, somit haben wir minus 1,5 ist kleiner gleich x. Oder anders gesagt, x ist größer gleich minus 1,5. Jetzt schauen wir uns das Ganze auch noch zusammengelegt, das heißt, Randbedienung und Lösung vergleichen. Also, wir haben hier wieder unsere x-Achse. Ich habe die zwei Werte eingetragen, minus 1 und minus 1,5 oder minus 0,5. Die Randbedienung ist ein offener Intervall, das von minus 1 bis unendlich zeigt. Und die Lösung der Ungleichung hat dazu beigetragen, dass ein Intervall von minus 1,5 wiederum bis unendlich geht. Also, der Bereich, wo sich beide Intervalle überschneiden, wäre dann hier. Also, kurz gesagt, wäre unsere Lösungsmenge in diesem ersten Fall von minus 0,5 oder minus 1,5 bis unendlich. Und jetzt zu unserem Fall 2. Wir gehen an dieser Stelle davon aus, dass der Nenner negativ ist, also x plus 1 ist kleiner 0. Dann bringen wir natürlich wieder die 1 rüber mit minus 1 und somit haben wir als Randbedienung x ist kleiner minus 1. Unter dieser Voraussetzung werden wir dann auch die rechte Ungleichung lösen. Genauso wie vorher multiplizieren wir auch hier mit dem Nenner, also mit x plus 1. Allerdings müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir haben eine negative Zahl, mit der wir durchmultiplizieren. Deshalb dreht sich dieser Ungleichzeichen um. Da steht 3 größer gleich 6 mal x plus 1. Genauso wie vorher lösen wir hier die Klammer auf und entsprechend haben wir dann 6x plus 6. Dann geht die 6 wieder rüber mit minus 6. Minus 3 ist größer gleich 6x. Und dann noch geteilt durch 6. Somit haben wir minus 0,5 oder minus 1,5 ist größer gleich x. Oder andersrum gesagt, x ist kleiner gleich minus 0,5. Jetzt werden wir auch diese Randbedienung bzw. Lösung auf eine x-Achse eintragen. Also hier habe ich nochmal die wichtigen Werte. Die Randbedienung lautet x ist kleiner minus 1. Also das wäre dann dieser Intervall offen nach links. Und die Ungleichung hat ergeben, dass x kleiner gleich minus 0,5 sein muss. Also so wie hier mit blau dargestellt. Der gesuchte Bereich, wo sich die zwei Intervalle überschneiden, wäre dann hier. Das heißt von minus unendlich bis minus 1. Das würde die Lösungsmenge für diesen zweiten Fall wäre dann diese hier. Und die Gesamtlösungsmenge für die ganze Aufgabe wäre dann hier unten angegeben. Und zum Schluss zur Überprüfung noch die grafische Lösung. Also wir haben hier wieder ein Koordinatsystem. Auf der linken Seite sieht die Funktion so aus. Und die rechte Seite, die 4, ist natürlich wieder eine waagerechte Gerade hier bei y gleich 4. Die Definitionslücke wieder als grüne Linie dargestellt und zwar bei x gleich minus 1. Und jetzt suchen wir den Bereich, wo diese blaue Kurve unter der orangenen Gerade, also unter der 4 liegt. Und ich hoffe, man kann gut erkennen, hier ist ein Schnittpunkt wieder. Ab diesem Schnittpunkt nach rechts. Übrigens, zur Erinnerung, der Schnittpunkt war bei minus 0,5. Ab hier nach rechts haben wir einmal diesen Bereich, also gegen unendlich. Und hier auf der linken Seite, natürlich, die Kurve nähert sich nur gegen die minus 1. Die wird sie nie erreichen. Das bedeutet, dieser Bereich hier kommt natürlich auch für uns in Frage. Also das entspricht genau das, was wir vorher rechnerisch bestimmt haben. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die weiterhelfen könnten. Im Zusammenhang mit diesem Thema ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass ihr in der Lage seid, Betragsungleichung zu lösen. Sei es jetzt in Grundlagenform, aber auch als Betragsungleichung mit quadratischen Funktionen oder mit zwei Betragsfunktionen. Außerdem sind dabei natürlich die Eigenschaften der Betragsfunktion von Bedeutung. Und wenn wir darf, Tutorials zu all diesen Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Und wenn euch das Video geholfen hat, dann geht es um ein bisschen weiter.